Sie hören Rosie Clark Wiedersehen in der Mulberry Lane Gelesen von Rebecca Madita Hund Erschienen bei Aufbau-Audio im Aufbau Verlag November 1949 Peggy Ronoski stand in der Küche des Cafés vor einem bergbenutzter Teller, Tassen und Bestecks und blickte seufzend auf die Uhr. Seit sechs Uhr morgens war sie auf den Beinen und käme heute Abend sicher erst nach Siebenheim. Die Arbeit in dem kleinen Café, das sie mit der Unterstützung ihres Mannes Abel an der Küste zwischen Torquay und Lime Bay eröffnet hatte, hörte einfach niemals auf. Und da sich ihre Angestellte, Maisie Bennet, heute Nachmittag nicht hatte blicken lassen, spülte sie, nachdem sie vorne nach dem Schließen hatte Ordnung machen müssen, eben auch noch das Geschirr. Müde? fragte Abel. Lächelnd drehte sie sich nach ihm um. Trotz der Erschöpfung hob sich ihre Stimmung, als ihr Mann den Raum betrat. Ich habe doch gesagt, dass du nicht alles machen musst, Peggy. Ich habe noch die Tische und den Tresen abgewischt, aber jetzt habe ich dir helfen wollen. Sie bedachte ihn mit einem liebevollen Blick. Du arbeitest auch schon so hart genug. Er war als amerikanischer Soldat in England stationiert gewesen, hatte aber auch gekämpft und dabei seinen linken Unterarm verloren. Nach mehreren Versuchen hatte er die Holzprothese, an der er sich immer wundgerieben hatte, abgelegt und kam verblüffend gut mit einem Arm und einem Stumpf zurecht. Es überraschte Peggy immer wieder, was er alles schaffte, auch wenn sie versuchte, ihm die Tätigkeiten abzunehmen, die für ihn ein bisschen schwierig waren. Es liegt an diesem Mädchen, Abel. Vielleicht sollte ich mir jemand anderen suchen, denn sie hat mir heute wieder mal gezeigt, dass man sich einfach nicht auf sie verlassen kann. Das solltest du auf jeden Fall. Schließlich kannst du nicht allein die Arbeit von drei Leuten übernehmen. Er trat auf sie zu, schlang seinen rechten Arm um ihre Taille, neigte den Kopf und küsste sie. Du solltest bereits seit zwei Stunden zu Hause bei den Kindern sein. Schon gut, versicherte sie ihm. Sie haben heute ihren Kindertreff und Sandra hat sie hingebracht. Ich habe ihr gesagt, ich wäre rechtzeitig zurück, um sie dort abzuholen. Also fahre ich dich heim und sammle sie dann dort ein. Aber es dauert noch fast eine Stunde, bis sie fertig sind. Sandra Brooks war ihre nächste Nachbarin. Nachdem sie in das kleine Haus in Devon eingezogen waren, hatte Peggy sich mit ihr angefreundet und sie käme ohne ihre Hilfe wirklich nicht zurecht. Sie kochte immer schon in aller Früh und Abel nahm die frischen Speisen in Containern mit in ihr Kaffee und schloss dort auf, während sie selbst den Zwillingen das Frühstück machte und sie in die Schule fuhr. Sandra hatte schnell gemerkt, wie schwierig es für Peggy war, die Kinder nach der Schule abzuholen und angeboten, Faye und Freddy mitzubringen, wenn sie ihre Kinder holen, fuhr. Die beiden Frauen tranken oft Kaffee zusammen, tauschten Rezepte aus und luden sich, so oft es ging, zum Mittag- oder Abendessen ein. Was sie jedoch nur selten schafften, weil sie beide sehr beschäftigt waren. Sandra arbeitete als Sekretärin ihres Mannes, wenn sie sich nicht um die Kinder und den Haushalt kümmern musste. Aber trotzdem hatte sie mehr freie Zeit als Peggy mit ihrem Kaffee. Zumindest brauchst du nicht auch noch für uns zu kochen, wenn wir abends heimkommen, stellte Abel fest. Die Kinder lieben es, wenn sie zum Essen herkommen können, auch wenn sie hier meist genau dieselben Sachen essen, die du auch zu Hause für sie machst. Kinder! Peggy dachte an die Tochter und den Sohn, die zwar am selben Tag geboren, aber trotzdem grundverschieden waren. Inzwischen war November 1949 und die achtjährigen Zwillinge, die voller Energie und obendrein für jeden Spaß zu haben waren, freuten sich bereits sehr auf Weihnachten. Außerhalb des Cafés bestand Peggys Leben überwiegend darin, dass sie ihre Kinder zu verschiedenen Unternehmungen durch die Gegend fuhr, doch das störte sie nicht. Und auch die Arbeit neben Abel in dem gut gehenden Café knapp 20 Meilen außerhalb von Torquay, bis sie gegen vier die Kinder holte, machte Peggy großen Spaß. Und dennoch hätte sie mitunter gern ein bisschen weniger zu tun. Sie können auf der Speisekarte wählen, was Sie wollen. Und wenn Sie möchten, kriegen Sie zum Nachttisch jedes Mal noch einen Pfannkuchen oder ein extra Stück.